Karlsruhe Heute ist der 22. Viertel von 2014. Hier ist wieder Tschechien. In einem Kilometer haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Das ist sehr schön. Das ist ein sehr schönes Wohnzimmer. Ah, guck mal, hier ist ein Spießkirch. Ah, die war aber Spießkirch. In 300 Metern haben sicher Zwischenziele erreicht. KD Kunst, was ist das denn, KD Kunst? Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht. In 800 Metern rechts abbiegen. In 300 Metern. In 300 Metern. In 300 Metern. In 300 Metern rechts abbiegen in die Bergstraße. Und jetzt rechts abbiegen. In 600 Metern. In 500 Metern. In 1000 Metern. In 500 Metern. In 500 Metern. In einem Kilometer links abbiegen. Da kommt gleich die volle Sonne. In einem Kilometer links abbiegen in die volle Sonne Straße. Jetzt links abbiegen. In 500 Metern haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. In 300 Metern haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. In 500 Metern haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Das steht hier. Zwei Kilometer der Straße fallen. Zwei Kilometer. 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 In einem Kilometer rechts abbiegen. Da reinkennst du es. Hier wird noch gebraucht. Jens, rechts abbiegen. Oh, der ist ohne... ...somt. So, rein vor. Hey, Formlok. Ah, das ist schon mal her. 5,6 Kilometer der Strasse von... Oh, tschüss. Ich lebe das auch fest. Das gehört bestimmt dazu. Meistens früher war das bei den Sichtkräuser die auswärts. Oh, das war's. Oh, das war's für mich. Oh, das war's. Oh, da, ja.